Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Rechtsprechung in 200 Sekunden. Heute zu einem Fall des Strafrechts allgemeiner Teil, der undankbare Übernachtungsgast. Was ist passiert? Der Tee übernachtet bei O. O sieht fern, O ist schwerhörig, der Fernsehapparat ist etwas lauter. Tee legt sich zum Schlafen nieder, schläft auch zunächst, wacht dann aber von dem lauten Fernsehapparat auf und fühlt sich gestört. Er geht zu O und sagt, ob er nicht das leiser machen könnte. O seinerseits ist empört, dass der Gast sich hier so aufmandelt und antwortet deshalb etwas aggressiv. Das bringt den Tee nun endgültig in Rage. Er nimmt seine Faust und schlägt den O nieder, sodass O auf dem Fußboden zu liegen kommt und schon Blut überströmt zusammensackt. Jetzt ergreift der Tee eine Personenwaage, schlägt mit Dulus Ventualis den Tod in Kauf nehmend auf den Kopf des O. Dann nimmt er einen Hammer, schlägt mit dem Hammer auf den Kopf des O. Und dann ergreift er, weil das alles immer noch nicht dazu geführt hat, das O stirbt, ein Messer und führt dem O eine Wunde von 16 cm am Hals zu. Aber auch davon stirbt O nicht. Deshalb macht der Tee jetzt eine kleine Pause, geht in die Küche, raucht eine Zigarette, kommt dann zurück, sieht immer noch den röchelnden O auf dem Fußboden liegen und drückt jetzt das Kissen auf den Mund des O, aber nur eine Weile. Und nach einer Weile lässt er davon ab und lässt den O leben. Frage, wie hat sich unser Tee strafbar gemacht? Ein vollendeter Totschlag scheidet hier natürlich aus, denn O hat ja überlebt. Es gibt um den versuchten Totschlag, der die Vorprüfung ergibt, der versuchte Totschlag ist selbstverständlich strafbar. Wir haben ja auch einen Tatentschluss und wir haben ein unmittelbares Ansetzen. Das Problem des Falles liegt eigentlich nur darin, liegt hier auch ein strafbefreiender Rücktritt vor. Aber warum könnte das zweifelhaft sein? Es könnte zweifelhaft sein, weil es zunächst ein fehlgeschlagener Versuch vorliegen könnte, von dem man nicht mehr zurücktreten kann. Fehlgeschlagen deshalb, weil die einzelnen Teilakte ja hier nicht zu dem Erfolg geführt haben, den er eigentlich haben wollte. Deshalb könnte es eigentlich fehlgeschlagen sein. Aber nach der sogenannten Gesamtbetrachtungslehre, die heute ganz herrschend ist, sieht man alles als Einheit an. Und man sagt, alles zusammen muss gesamt betrachtet werden. Das heißt, als er das Kissen zum Schluss einsetzte, hätte er noch weitermachen können. Es ist also kein fehlgeschlagener Versuch gegeben. Und dann kommen wir zu der Frage, liegt ein unbeendeter Versuch vor oder ein beendeter Versuch vor? Auch hier legt man die Gesamtbetrachtungslehre zugrunde und sagt, es kommt darauf an, auf den Rücktrittshorizont beim letzten Teilakt, der sogenannte korrigierte Rücktrittshorizont. Und beim letzten Teilakt, beim Einsatz des Kissens, hätte er weitermachen können. Und insofern ist hier von einem unbeendeten, er hat aber noch nicht alles getan, was erforderlich gewesen wäre, von einem unbeendeten Versuch zu sprechen, von dem er hier auch freiwillig zurückgetreten ist. Und das führt dazu, dass er nicht wegen eines versuchten Totschlags bestraft werden kann. Es bleibt aber die Körperverletzung und die gefährliche Körperverletzung nach § 224, sodass wir zu folgendem Ergebnis kommen. Der T wird bestraft wegen gefährlicher Körperverletzung. § 224 schlägt den § 223. Vom Totschlagsversuch ist er hingegen strafbefreiend zurückgetreten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. § 224.